Hallo, hallo Freunde! Heute reden wir über das Thema Lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken. Ein sehr interessantes Thema. Was ist diese Welt und was sind die Dinge dieser Welt? Was sagt die Bibel in 1. Johannes 2,15? Weisst du, was dort steht? Hab nicht lieb, die Welt, noch die Dinge dieser Welt, denn sonst ist die Liebe des Vaters nicht in euch. Daniel, liebst du dieses neue T-Shirt? Dieses T-Shirt hat jemand in dieser Welt hergestellt. Es ist eine Sache, ein Ding. Wenn er also dieses T-Shirt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Zu seinem Geburtstag wollte ich mir selbst etwas gönnen. Ich realisierte, dass ich schon seit fünf Jahren mit Daniel zusammenarbeite. Er wohnt in meinem Haus. Er ist immer bei mir. Ich verbringe nie Zeit mit ihm. Du hast nie Zeit mit ihm? Ihr seid doch immer zusammen. Wir arbeiten. Ich realisierte, dass wir eigentlich sehr wenig Zeit miteinander verbringen. Ich geniesse es, mit ihm zu arbeiten. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ich empfinde es nicht als Arbeit. Manchmal ist es anstrengend, aber es macht Spass. Ich wollte nur einen Abend mit ihm verbringen, ohne über Arbeit zu sprechen. Wir haben es miteinander genossen. Ich ging mit Daniel in ein nettes japanisches Restaurant, das sogar zwei Michelin-Sterne hat. Wir hatten einen wirklich schönen Abend. Schau. Ist es das, was die Bibel damit meint? Du sollst weder die Welt noch die Dinge der Welt lieben? Ein nettes Restaurant, das ist doch etwas Weltliches, oder? Was darfst du lieben und was nicht? Wir reden hier über, lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken. Wir sind sehr verwirrt, wenn wir nicht verstehen, was Welt bedeutet. Das ist das Erste. Leider haben wir in unserer Sprache nur ein Wort dafür, das heisst Welt. Im Griechischen gibt es unterschiedliche Wörter für das Wort Welt. Es gibt die sichtbare Welt. Zum Beispiel die Nahrungsmittel sind ein Teil dieser sichtbaren Welt. Das T-Shirt wurde von der sichtbaren Welt gemacht. Aber davon spricht die Bibel nicht. Die Bibel spricht vom System, das Welt genannt wird. Ich benutze ein anderes Wort, um es verständlicher zu machen. Das Reich. Es gibt zwei Reiche, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Das Reich der Finsternis ist auch das, was wir das Reich dieser Welt nennen, wo Dunkelheit regiert. Wenn ich sage, lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken, spreche ich nicht davon, was uns Religion beigebracht hat. Fussball spielen ist weltlich, also dürfen Christen keinen Fussball spielen. Bier zu trinken ist weltlich, also dürfen Christen kein Bier trinken. Heiraten ist weltlich, also darf ein katholischer Priester nicht heiraten. Nein, wir reden nicht über diese Welt, als die sichtbare Welt, die uns umgibt. Wir reden über das Reich, das vom Teufel durch die Menschen beeinflusst und regiert wird. Denke daran. Wenn die Bibel sagt, liebt nicht diese Welt, meint die Bibel, dass du das System dieser Welt nicht lieben sollst. Das System dieser Welt wird von Menschen kontrolliert, die unter dem Einfluss des Teufels stehen. So einfach. Schau mal. Ist dieses Handy eine weltliche Sache? Nun, das könnte sein, muss aber nicht. Wer erfand das Mobiltelefon? War das ein Christ? Meines ist ein Apple, ein iPhone. Soviel ich weiss, war der Gründer von Apple kein Christ. Ist es deshalb etwas Weltliches? Nein. Es ist ein technisches Instrument, das wir sehr gut gebrauchen können. Denk mal darüber nach. Wie nutzt das System namens Welt dieses Gerät, ein iPhone? Das ist die große Frage. Wenn die Bibel sagt, die Welt nicht liebt, die Dinge dieser Welt, das bedeutet, dass du nicht die Dinge, die in dieser Welt sind. Wenn die Bibel sagt, liebt nicht die Welt noch die Dinge dieser Welt, bedeutet das nicht, dass du nicht an den Dingen dieser Welt dich erfreuen darfst. Erinnere dich. Jesus sagt es allen Jüngern, dass sie in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt, nicht diesem System zugehörig sind. Paulus sagte den Korinthern im ersten Brief im zweiten Kapitel, Er hat es zwar gesagt, aber nicht gemeint, sonst müssten wir ja diese Welt verlassen. Wir sollen diese Welt nicht verlassen. Wir sollen uns nicht in ein Kloster einschliessen und sagen, ich mag absolut nichts, was von dieser Welt ist. Dann dürftest du nur das benutzen, was Christen erfinden und selbst herstellen. Schau. Vielleicht ist das ein kleiner Schocker für dich. Hoffentlich. Es gibt Dinge, die nicht Christen produzieren, die weniger weltlich sind als Dinge, die Christen herstellen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Denk darüber nach. Welt bedeutet das System dieser Welt. Das System dieser Welt wird auf eine bestimmte Weise regiert. Immer von egoistischen Motiven und Gründen. Das Ende führt immer zu mir zurück. Ich kann also einen guten christlichen Inhalt erstellen. Ich kann ein christliches App entwickeln. Wenn das Motiv dahinter egoistisch und selbstbezogen ist, dann ist es weltlich. Denn so funktioniert das System dieser Welt. Ich könnte ein Nicht-Christ sein, nicht einmal gerettet. Und kann ein technisches Gerät oder eine App entwickeln, die den Menschen wirklich hilft? Wenn das mein wahres Motiv ist, dann ist diese weltliche Erfindung mehr christlich als die eines Christen. Verstehst du, was ich sage? Wir urteilen so religiös. Wenn ich sage, lass dich nicht von den Dingen dieser Welt ablenken, bedeutet das, dass wir unser Herz sehr sorgfältig hüten müssen, dass unser Fokus einzig und allein auf Jesus, unseren Liebhaber, gerichtet bleibt. Dass alles, was mich von meiner Leidenschaft, meinem Verlangen nach Jesus ablenkt, zu einer Gefahr wird. Das wird dann eine weltliche Sache, denn in der Welt sitzt Jesus nicht auf dem Thron. Ich erinnere mich, lange ist es her. Als das Handy populär wurde, ich war dabei, meine Bibel zu lesen, und mein Telefon machte ständig ich erhielt Nachrichten von überall. Ich versuchte, meine Bibel zu lesen, schau dir auf mein Handy, lass die Bibel, schau dir auf mein Handy. Ich wurde so wütend. Ich sagte, Herr, ich hasse dieses dumme Handy. Der Herr sagte, das Handy ist nicht dumm. Wie du es benutzt, ist dumm. Du lässt dich von etwas ablenken, das dir und dem Reich Gottes dienen soll. Dann gab er mir eine der grössten Offenbarungen.